Okay, der Freunde, der da den Säckchen erstattet, und dann mal noch, und noch mal, und noch mal, ich bin wieder mit der Merkette, weil er das ganz viel angezeigt hat, und der Typ ist das hier dort, und du siehst das, das ist der Weg nicht. Das ist der Weg nicht. Oder er merkt es wirklich. Wie ein Tüppi. Hm? Oh, hast du viel gesagt? Ja, 45 Minuten hoch. Sech zu 40, um in der Auto sein. Es steht 1 zu 1, ich muss sagen, ist das da hinten steht? Ja, da muss ich keinen, ich kann es nicht. Von der Figur her würde ich sagen, was habe ich doch. Aber dann würde ich...